jo leute und damit willkommen zurück zu ale of tail tavernen ja die das sind damit schon wieder vergessen habe irgendwie die first pins und der first pins pro look wir sollen jetzt eine hacke kaufen das problem ist ich glaube wir haben keine kohle mehr dafür greetings traveler nachdem wir das beim letzten mal ein bisschen verkauft also gekauft haben alles deswegen würde ich sagen wir machen uns an die arbeit und bereiten sachen zu erst mal muss ich noch mal brauchten wir zehn dafür oder brauchten wir ich will aber kein mais kochen getreide ne 55 ok passt erstmal kochen gut bier haben wir noch das mal sauber machen den ich gefuttert hat so okay wir brauchen eine hacke greetings traveler über eine hacke und eine gießkarte aber die gießkarte kriegen wir deshalb sie wahrscheinlich kann man einmal gießen essen es kann nämlich sein würde ich sagen warum habe ich gleich geöffnet ich idiot offen was kann man damit machen kochen nutzen spinnweben nach die spinnen fleißig ich hoffe ich hoffe ich komme nicht wieder irgendwelche missfücher ich werde nämlich gerne eine ordentliche waffe haben um sie zu bekämpfen dann kommt jemand alles sauber 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 keine spinnenweben ok sauber sauber hier sauber da sauber hm was ist das hier eigentlich kann man später noch was machen ne na was wollen wir ja bitteschön direkt kalt aber ist trotzdem heiß na klar vielfahrt fällt wenn du deine gäste immer das gleiche essen servierst verringert sich sein wird drastisch und du erhältst weniger erfahrung ja aber können wir doch gerade noch gar nicht mhm wir brauchen erstmal money wir brauchen erstmal money ja das wissen wir brauchen jetzt noch 200 dann können wir uns eine hacke kaufen ach wir haben da noch ein bier also noch leer hallo na was wollen wir werte dame was wollt ihr denn bier ein gesöff komm mal kurz sauber so so kann ich nämlich einmal nachfüllen sprühen wir hier rüber ja ja ich müsste wer das gerne fleißig nutzen würde hm ok dann machen wir den aber voll hallo was wollt ihr was zum futtern ok muss ich einmal mal füllen zack so na fertig komm schon wie viel kriege ich dafür eigentlich was 33 33 gold ok hallo dann kommt auch schon jemand wieder was wollen wir denn bier mhm din 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 du also bis sie umfassier ist dann ist er fertig ich fass dir später wird es auf jeden fall noch schwerer dafür geht es schon 22 gold kannst du mir auch mehr geben dafür hallo aufgefüllt sauerkeit 100% sauerkeit sehr schön der besen ist auch gleich kaputt aber das ist ja mal so gekostet wenn er speichert das ist ein bisschen nervig das ist ein bisschen sehr nervig das eine nicht mal zwei Sachen haben wir vielfalt ist halt dumm momentan aber passt schon das passt 203 na komm beweg deinen Arsch hier bitteschön zack tschüss äh okay 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 raus hier bis auf mal lonke serviertempo willst du mich verarschen ja wollen die mich wollen die mich machen wir kurz sauber erst mal sauber machen und zack gibt es eigentlich Maisbier dann gibt es das überhaupt äh ich hoffe man sieht das jetzt nicht nö ich guck mal ganz kurz sorry äh Maisbier das Maisbier ist ein süffiges goldenes Bier mit einem leckeren Malzgeruch ok ok na dann äh mal runterpacken kurz alles dat dat mach jetzt mal so dann läuft er noch greetings traveler soo wir sollten ne Hacke kaufen danke brauchen wir wieder mal nen Besen ne oh god ist das alles teuer ey naja zack 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 ne vier stück ok können wir vier felder fertig machen obwohl wir können auch alle glaube ich fertig machen drei drei ja die auch einen schönen Tag scheuche zack 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 mal kurz was gucken mh 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 Okay. Aha. Okay. Sorry, ich muss nur noch mal was nachgucken. Ich mache erst mal alle Felder fertig, ne? Würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob das so bleibt oder dass das wieder ändert. Ich finde, man müsste noch ein bisschen die Reichweite einstecken, weil ich mag das mal lieber. Also die Sicht. Und generell die Goui ein bisschen ändern, aber naja. Vielleicht auch zu viel verlangt. Zack, 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 zack. Düngen. Deine Oma düngt das. Wie viel kostet Dünger eigentlich? Ah, okay, wir brauchen nicht düngen. Wir müssen nicht, das wächst einfach nur schnell. Aber wie toll ist denn Dünger überhaupt? Können wir ja mal gucken. Da können wir ja mal kurz gucken gehen. Äh. Guck mal, Wein fast, Rum fast, Bier fast. Fast mit Traubensaft, fast mit Karottensaft, fast mit Apfelsaft, fast mit Apfelwein. Zucker, Zuckerrohr, Zuckerrohr, Gerstensamen, Karottensamen, Kartoffelsamen, Karottensamen, Kartoffensamen, Traumsamen. Ist ja da kein Dünger. Okay. Hm. Ach nee, es gibt ja den Komposter, ne? Greetings, Traveler. Moment. Äh. Komposter. Ab 13. Und wir sind momentan noch zwei. Wow. Wann wollte ich mich doch verarschen, ey? Sauberkeit ist eh. Da haben wir noch Bier drin. Wie sieht's aus? Good day to you. Hm, das dauert ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ja. Einmal so ein voller Wasser. Hm. Ey, guck mal, was wir hier noch so haben. Beziehungsweise bis wo hier die Grenze auch geht, da vorne, ne? Ja. Ah, guck mal. Mal zu, Pilz. Haben wir da noch was gefunden? Haben wir noch mal so einen Pilz gefunden? Meist wäre noch mal schön, ne? Da haben wir noch so ein Wildschwein. Da ist noch ein Pilz. Da sind Äpfel. Zack. Können wir Äpfel auch pflanzen? Also einen Apfelbaum. Können wir ihn holzen? Achso. Mach ich so. Alles klar. Fünf Stück. Nice. Dann noch einen Apfelbaum. Wie gesagt, momentan dauert es ja gerade ein bisschen. Bis das fertig ist. Dann sammeln wir mal noch ein paar Sachen einfach. Habe ich den Pilz? Ja, den Pilz habe ich ihn gesammelt, ja. Nicht, dass ich den jetzt gesammelt habe, habe ich den jetzt gesammelt oder nicht? Oh doch. Was haben wir da? Da ist ein Baumstamm, ne? Ja. Hier ist ein Baumstamm. Passiert nichts. Hä? 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 Kann ich mir da meistens mehr für Samen? Hm. Ja. Hier wirst du wahrscheinlich noch einiges machen können. Es wäre cool, wenn du auch noch Leute ansteigen kannst. Könnte ich später. Wenn du halt alleine spielst. Wenn das wahrscheinlich gut ankommen, wird es eben auch dafür geben, würde ich sagen. Oder wahrscheinlich auch könnte es dann. Wird mich nicht verwundern. Das ist ja bei vielen Games so. Wenn du halt... Wenn das halt Potenzial hat. Oder beziehungsweise Potenzial so aussieht. Aber die Entwickler halt nicht so ankommen, dann kommen meistens echt gute Mods dafür. Besonders wenn das dann auch Mod-kompatibel ist, ne? Wenn das machbar ist. Hallo. Ist meinst du fertig? Good day to you. Zack. Okay. Alles klar. Geht das? Hm. Hallo, Kamerad. Was ist es, das hat gegründet? Korn. Ich sehe, es ist Korn. Aber es sollte magische Weed sein. Aber das ist illegal. So, was ist es, wenn sie dich in die Köln für 20 Jahre in die Köln setzen? Ich bin hier über 100 Jahre alt und ich bin nicht verbrüllen. Hm. Du weißt, ich bin ein großer Künstler. Ich kann etwas machen, um deine Gefühle zu machen. Okay. Beutelte Korn ist heute sehr popular. Ich würde es gerne probieren. Hm. Es ist neu zu mir. Aber ich versuche es. Ich warte hier. Jetzt will er auch noch Mais haben. Gekochte Mais. Aber man kriegt unterschiedlich, sehe ich gerade, ne? Ach nee, das ist Stickbar 5. Ich habe nichts gesagt. Gekochter Mais. Dann ist Stick. Wir haben aber nicht mal mehr. Machen wir immer so. Wurde mir es eben selber einmal. Rezepte. Gebraten. Oh. Gebacken. Getränke. Sonstiges. Giftwiderstand. Kugelfisch. Ehrlich jetzt? Ja. So. Hallo. Scheuche. Good day to you. Boiled corn. A trendy novelty. Even though it's not a magic weed. But thank you. Have a nice snack. How about growing some magic weed? How about growing some magic weed? Du blöde Scheuche. Wo ist der Teller? Der Teller ist einmal weg. Really? Wisst ihr, was wir machen können eigentlich? Das. Machen wir nämlich einmal so. Machen wir das einmal so. Wir brauchen andere Getränke mal, ne? Oh, neue Samen. Aber da wäre ein bisschen mehr Kohle dadurchkriegen. Strang mal kurz. 25 kannst du dir Teller genau verkaufen. 100. Alle 5, ne? Ist egal erstmal. Ganz ehrlich. Ähm. Kommen wir noch einen Teller dazu? Wenn kochen, müssten wir eine zwei Öfen haben, ne? Wenn wir beides machen wollen. Das ist halt alles so teuer, ey. Na, wir brauchen noch einen Besen, ne? Ich warte erstmal. Ich habe erstmal noch einen Teller gekauft. Was sagt die Sauberkeit? Draußen natürlich schon wieder. Aha. Wenn du schnell klickst, dann geht das schneller. Alles klar. Wer ist der? Wer ist der? So. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie teuer waren denn wir? Fünf. Einsam. Wie viele Felder haben wir da? Drei, sechs, ne? Zwölf, ne? Okay. Dass man die alle da einzigen kaufen muss, ey. Und die Hölle. Dann warten wir noch eine Runde, würde ich sagen. Nee. Drei, sechs, neun. 15 sogar. Drei, vier, fünf. Drei, sechs, ja, 15. Und wir haben jetzt zwölf. Dann hole ich nochmal drei. Und dann pflanzen wir mal alle an. Nochmal drei. Grüß, Traveller! Zehn, elf, zwölf, dreizehn, fetzend, 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 fetzend. Machen wir mal so. Machen wir dreißig Stück. Ja, die Pilze pack ich gleich mal weg. Machen wir hier rein. Das andere lasse ich mal so in den Inventaren drin. Zack, zack. Gekochter Mais. Aber es hieß ja, gießen auch, ne? Aber irgendwie müssen wir sie nicht gießen. Irgendwie. So, das haben wir. Dann müssen wir halt nochmal warten. Dauert ein bisschen. Okay, dann geht es trotzdem recht schnell, ne? Geht das? Nö. Wir brauchen halt wirklich Dünger. Aber den können wir halt noch nicht herstellen. Den fülle ich auch nochmal auf. Beziehungsweise hätte ich gar nicht machen, warum? War ich erstmal hier. Zack. Wasser kann ich doch direkt schon rennt packen, naja. Das kann ich, das ist eigentlich cool. Auch noch was rein. Aber momentan, da haben wir noch ein Fass. Da haben wir noch und da haben wir noch eins. Können wir auch einmal gleich so machen. Zack. Dann füllen wir das einmal auf. Packen rein. Haben wir 20 von. Sehr gut. Hier hatten wir die, genau. Ah, das Bier, ne? Das ist halt momentan noch so. Wenn du deine Gäste immer das gleiche essen, so wirst du verrät, sich das Wett drastisch und du erhältst weniger Erfahrung. Ja, momentan ist es halt noch, naja. Gut. Dann füllen wir die nochmal auf. Einmal. Zweimal. Gott, die ist ungescheu hier, ey. Good day to you. Ach ja, ich wollte gucken. Was hast du für einen Erfolg? War, konnte ich nicht lesen, weil es zu klein war. Hey, the magic read. Scale wall quest is complete. 53 Leute nur. 53% nur. It's a little burn. Aha. Hm. Gibt es so einige Erfolge noch. Sauberkeit schon wieder. Hey. Wo? Meistens sind das immer die gleichen Stellen, ne? Meistens sind es immer die gleichen Stellen. Im Besen ist auch verschrott jetzt. Wir können auch nicht mal pennen gehen, ne? Und dass das hier ganz dazu ist, ist so, offen ist, ist so nervig. Wanted. Orquest. Reward. Wie sollte man schließen können? Hm. Oh. Momentan haben wir ja noch das. Vielfalt. Das ist nicht so gut momentan. Wird ich... Es ist aber kein Tag. Blöde Scheuche, ey. Ich habe immer zwei Mais. Mit Dünger vielleicht auch nochmal mehr? Weiß man gar nicht, ne? Das weiß man gar nicht. So. Naja. Zack. Zack. Machen wir die gleich nochmal fertig. Weil dann haben wir die nämlich schon mal nochmal. Dann kochen wir gleich nochmal was. Vom Mais können wir sowieso genug kochen gerade. Vor allem mehr Vielfalt. Wir bräuchten wir halt wirklich einen zweiten Ofen noch, ne? Getreide müssen wir doch auch anpflanzen können, oder? Getreide müsste doch normalerweise auch gehen. Ich will mal ganz kurz was gucken gehen. Ich glaube, die waren aber ja später freischaltbar, ne? Die waren glaube ich erst später freischaltbar. Äh... Gästen zusammen, genau. Ab Stufe 3. Okay, verstehe. Okay. Wieviel brauchen wir noch für die nächste? 71. Erfahrungspunkte noch. Gott, diese gehören draußen. Habe ich nicht laut gesagt? Äh... Ja. Zack. Wir pflanzen jetzt erstmal alles. Was? Dann können wir nicht. Weil wir keine Kohle haben. Wie das wohl kommt? Wie das wohl kommt? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte schon sagen, ja. Wie die Gegner. Aber die Musik sich so nass angehört hat. Ey, diese 3er-5er-Stapel hier, ne? Naja. Wirklich da rein. Zack. Zack. Gut. Nun können wir öffnen, ne? Jetzt zeigt mal die Sauberkeit einmal. 100%. Hallo. Heranspaziert, heranspaziert. Wir haben sogar was Neues auf der Karte, die ich schließen muss. 0,46. Hm. Wie es wäre, wenn das ja länger dunkel wäre, ne? Ich habe schon mal die Achse hinter der Hand. Wenn wieder irgendwelche Zombies kommen. Joa, du hast hier halt einiges. Fischen kannst du halt auch. Ah, guck mal. Guck mal eine an. Sterb. Ah ja. Natürlich. Sorry. Hier, bitte. Oh. Ich habe einfach Gäste von den Viechern bekommen. Geht nicht. Ich habe einfach Gäste bekommen. Sorry, so schnell war ich leider nicht. Naja. Passiert. Das hier halt kommen, wenn ich öffne, ne? So, was möchtest du? Bitte. Äh. Ich wollte die hier reinpacken. Das packe ich auch erstmal da rein. So. Gekochter Mais. Die nächste kommt da. Wir warten erstmal, bis der da war. Dann bedienen wir ihn und dann gehen wir mal Sachen sauber machen. Hm. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Also wir kommen. Oh ja. Oh. Bitte. Bidi, bidi. Zack. Zack. Ja, mach mal hinne, Kollege. Der leckt halt immer wirklich ein bisschen beim Speichern. So. Zack. Gleich mal sauber machen. Mal gucken, da kommt schon die nächste Person. Oh ja. Bitte. Wah. Neu Taverneläber. Gebratenes Eberstick. Pizza bei Gerstensamen. Jo. Okay. Mais könnten wir flippen draußen, ne? Wah. Pizza. Wow. Aus drei verschiedenen Pilzen. Ah hey. Bitte. Dann kommt schon wieder jemand. So. Washington. Fifty dashes. Klang, klang. Jetzt war der Gingau. So, einmal voll machen. Nächste Person kommt da auch gleich wieder rein. Ein bisschen Auer gemacht übrigens, ne? Aber wir müssen sauber machen. Draußen wahrscheinlich. Oh yeah. Draußen wahrscheinlich einmal sauber machen. Ne? In der Küche. Ja klar. Ah, guck mal. Lager rum, ne? Ich hätte da also automatisch frei. Da schaltet er auch automatisch frei. Da kommt wieder einer. Bittel. Bittel. Aber direkt geben. Zack. 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 Mal auffüllen. Können gleich Mais nochmal kochen, ne? Wenn wir voll haben. Raus mit dir, Kollege. Oh, ah. Ah, die Biesen ist kaputt gegangen. Serviertempo, natürlich. Ich bin mir auch. Grüß Gott, Traveller. Heiltränke, okay. Raus mit dir, Kollege. Hier, bitte. Wir brauchen halt echt einen Besen dafür, ne? Wir brauchen halt echt einen Besen dafür. Ups. Oh Gott. Ich fudere das jetzt auszusehen. Ah. Ich soll das da mal rausnehmen, Kollege. Na, was willst du? Oh, oh. Oh, oh. Äh. Zack. Zack. Raus mit dir. Okay. Serviertempo viel zu lang, dann willst du mich eigentlich verarschen? Hey, 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 hey. Das ging schnell. Ingesetzt und rein damit. Hm. Zack. Hallo. Hallo. Hm. Hi. Was darf es sein? Bier? Ach. Ups. Ups. Ups, 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 ups. Dass er sich hier vor allem nicht sticken lässt, ne? So. Zack. Wir machen den einen noch leer. Ja. Ja. Hier. Boah, 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 boah. Hm-mm. Okay. Zack. so sehr schön was mit dir schnell instant bestellungen geben alles klar so zwei stück ich war ja zu blöd und hab schon was gegessen 85 wirst du mich verarschen? ich bin noch schnell Hunde hier Winzeln hingeklatscht so zack na sind wir fertig sind wir fertig habe ich gefragt hier sind wir bye bye ein Mais hatten wir da hinten noch da bitteschön so zack ok achso wir haben keinen leeren Teller kommt ja guck mal Bier ist auch leer hinten mit dem Bier ich wollte fragen bis wir soffen hier fällt das Bier ist halt ja hallo was wollen wir denn haben ok 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 wie gesagt wie gesagt einen kriegen wir noch dann haben wir eigentlich noch fünf stück fünf stück kann er nicht das Bier mal vor der Karte nehmen so oh 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 so so ist das halt so raus hier sagt die sauberkeit 96 und ich bin eben schon gesehen so haben wir davon überhaupt noch was genug ihr stück viel zu wenig 24 quest ich spreche mit dem händler bitte der fettigtyp in der nähe vom set ist der händler weiß weiß ich weiß weiß was ich mach zu jetzt danke können meist noch mal ernten bevor ich was anders macht ja ja sehr ruhig apropos wir sind doch auch stubert rein 505 gold 505 wir brauchen erstmal noch eine hacke wieder da ist ein pilz ich weiß gar nicht ob man die spieler anpflanzen kann nur so lustig wäre es ja grittings traveler i haven't seen anyone who could handle it better you clearly have a talent it seems to me that you and this tavern are made for each other so why resist fate the tavern will become yours and incredible prospects a multitude of new adventures and opportunities will open up and you'll be able to walk and explore our lands as far as the eye can see no one will encroach on your property except maybe zombies and you've already found a common language with them ready to make a deal herzlichen glückwunsch sie haben erfolgreich die kostenlose version des spiels abgeschlossen wenn es ihnen gefallen hat hinterlassen die bitte ihre bewertung auf der steam seite wir würden uns freuen wenn sie das vollständige spiel zu ihr wunsch dazu hinzufügen besuchen sie unsere community hub um mit anderen talent spiel in kontakt zu bleiben ja ja weiter spielen dürfen wir ja trotzdem ne weitermachen dürfen wir trotzdem in dem dem version beschränkung ja ja dann können wir nicht weiterlevenen ich wollte was gucken gold können wir machen oder greetings traveler genau die kann man kaufen ok und die hacke ich mache trotzdem noch mal wie gesagt das bier haben wir von der karte genommen erst mal das können wir auch erstmal unternehmen ebersteak das wir wahrscheinlich hier jetzt 3d war mal land der rest hier drin ist das noch vielleicht ein pack oder fällt das beiseite es fällt beiseite greetings traveler zum glück zum glück zum glück passiert das so alles klar ich würde sagen wir spielen noch ein bisschen zack 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 das fällt jetzt auch recht klein ne man müsste eigentlich wirklich mit mehreren spielern spielen generell generell so okay packen wir das einmal komplett darauf alles klar dann macht es also gedrückt halten können wir zum beispiel gar nicht so getreide leck man hat gespeichert dann wieder kann man das bewegen ich glaube man muss erstmal leer machen man ist noch aber ja schon kann man ja eigentlich nicht mal wasser brauchen wir noch so ruhig zum her nun die durch den boden wabern komm ich nicht hoch toll mit boxe hoch hier kommen wir hier kommen wir rüber ne aber können wir uns auch drauf stellen ja okay ja es ist ja es ist ja noch nicht weit ne das ist ja wie gesagt einfach die demo mit dem prolog dementsprechend passt ja so aber eigentlich wir werden ja sowieso nicht mehr wie schnell ist das denn okay das schmeckt auf jeden Fall sehr schnell so good day to you du kannst mich mal Junge ist der nervig hm ah ich kann gedrückt halten und dann zur nächsten hingehen das ist schon mal was besseres okay verstehe das geht also so zack rein damit Wasser dazu ähm zack Mais haben wir auf jeden Fall ne Menge Mais haben wir wirklich ne Menge Pilz ja jetzt können wir noch nicht machen momentan weiter das ist ein Schwein hm hm ich hab's ja verkauft beim letzten Mal weil ich die Kohle brauchte hallo zack erledigt ach ja man kriegt ja vor allem nur eins ne aus so missvieh kriegt man echt nur ein Flasch aber wir brauchen fünf zum Braten ja wann tauchen eigentlich die Zombies immer auf ist das nur wenn's offen ist oder so hm das ist aber kalt geht auch schwer runter diese Spinnenwebe mei zum Glück sind's nur Spinnenweben mhm greetings Traveller ich stehe 50 wieder her passt schon so erstmal das passt erstmal so ach soll doch kochen starten dann wir haben jetzt hier jetzt das ist halt momentan noch Mist da sind wir besser geworden bis нами eh eh Eberstick 20 äh 50 aber wie gesagt wir brauchen fünf Stück dafür unwohl Können wir auch einmal so machen. Haben wir zumindest das einmal gebraten. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch wieder so einen Teller, ne? Das wird noch spaßig. Wir müssen auch wieder Regale dann später haben. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn... Binde in die Teller. Können wir momentan noch gar nicht. Wenn auf jeden Fall die Vollversion draußen ist, werde ich es spielen. Ich schaue euch mal, vielleicht auch nicht alleine. Äh, Verbrauchsgegenstände. Ach, die Teller sind dreckig. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört, ihr habt nichts gesehen. Ähm... Eins, zwei. Zack. Dann hätten wir das. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen das dann in der Vollversion weiter. Dann würde ich hier erstmal sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken bei dem Prolog von... Ale of Tate Haviren. Die First Pins. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei dem Game. Oder zu einem anderen bei mir. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.